Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4, liebe Leute, mit mir, Filke, auf dem Gamerscript-Kanal in Nuka World. So, wie euch bestimmt jetzt aufgefallen ist, denkt ihr euch, holy fucking shit, ich höre seine awesome Stimme gerade, wie awesome ist das denn? Tja, ähm, ja. Lass dich da an, weil der Weihnachtsmann hier mich besucht hat, bei uns in der Wohnung eingedrungen ist, mich und meine Eltern vergewaltigt hat und hat als Dank dafür ein neues Mikro hinterlassen. Ziemlich geil, wa? Ich glaube, es wird KKKKK Kalaschnikov Zeit. Und weg ist er! Hoffen wir, dass unsere neuste Beute sich inspirieren lässt, von unseren letzten Opfern! Ah. Skys alter Briefbuch. Alles klar. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s b utiliz. Oh ne, Sykes. du wertloses nichtsnutziges stück scheiße du hast dir nicht nur mein ganzes jet reingepfiffen sei auch noch fällt für lausige 100 kronen korken verkauft um das wieder gut zu machen diese verdammte mit die kann war mir mehr wert als dein leben du hast mich zum letzten mal verändert ich bin raus ich kümmere mich nicht mehr um dich viel glück allein da draußen wirst nicht mal ein tag durch die ks ein In Gunnar war ich hier. Herrgott, wie er volltet ihr wie. Mach schneller, Abma! Oh. Nein. Oh. Tja, viel Entschuldigung für dein Ungeduld, aber ich muss dir nun mal alles looten. Wusste ich's doch. Mach weiter, scheiße egal was du tust. Die Feuerprobe an die Stadt nimmt dir sowieso alle. Ja, sogar deine Mutter. Genauso wie ich letztes Mal, als ich sie richtig hart gebankt habe. Was soll das denn schälen? Ich dachte, das ist ja eine richtig coole Baseball-Cappie. Ansonsten werde ich nämlich richtig steigern. So. Oh ja, genau. Dich brauche ich. Munition nämlich. Ach ja, Munition. Unser neues Opfer weiß, wie mein Kugeln ausweicht. Gut, dass wir noch mehr Überraschungen mit Ihnen haben. Okay. Okay. Ah, okay. Cool. Oh. Ist ja nicht nice. Oh. Tja, Lucky war wohl nicht ganz so lucky dieses Mal. Katsching, katsching. Katsching. Oh, ist ja nicht ganz hier. Katsching. Katsching. Ja, ich mach's halt bloß eben für die XP, entspann dich Schlimmer, dein Swag, alter Dude Wow, Fist Nein West in Pieces Haarklammern Wie schön Kielband, ja Ach ja Seit dem letzten Mal ist einiges gegangen Ich will nur mal sicherstellen Ja, wir sehen auch geil aus Hi 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 Das wär's Warte, hier krieg ich jetzt gerade echt massenweise XP Was ist der Trailer? Was ist der Trailer? Oh Oh Ähm Was ist der Trailer? Was ist der Trailer? Oh Let's go To Ein, zwei oder drei. Um zu wissen, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht geht. Ui, ui, ui. Da hab ich mich aber anscheinend richtig entschieden. Warte, da brauch ich. Redex! Dies und das, okay. Nein, da. Dies und das, dies und das, dies und das, das, da, 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 da. Da. Hab mein ganzes Jet verbraucht. Steck ihn zu einer Scheißfalle fest. Scheibes Mist. Ich werde das ganze Redex hier nehmen und in Ohnmacht fallen. Niemand ist so dumm, mich hierher zu verfolgen. Ich glaube, dieser Harvey hat mich angelogen. Idiot. Coen. Hoffentlich hat sie Redway dabei. Denn unser kleines Opfer wird gleich geröstet wie ein Eichkopf genanzt ist. Ich merk's. Zeit für leckere, yum-yum-russische Eier. Und was um. Mit dem extra 2, um es ganz sicher zu gehen. So. Tja, was vielleicht die meisten nicht wissen ist, dass er diese Folge rauskommt. Dann ist ja Neujahr. Wobei. Ja. Na gut. Die werden es ja dann sehen. Ne, warte. Ja doch. Das ist ja dann Bullshit, was ich gesagt habe. Und ja. Inhalt des Ganzen ist tatsächlich. Ich nehm' gerade in der Vergangenheit auf. Und daher wünsche ich einfach mal allen Leuten, die jetzt hier gerade diese Folge sehen, ein Forest Neues. Und hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Denn das wär' natürlich schade, wenn nicht. Und nun ja. Daher. Da glaubt jemand, er ist ganz schön taff. Doch die Feuerbruchung ist noch lange nicht vorbei. Alles geil. Äh. Erstmal speichern, wenn das... Stimmt, was ihr sagt. So. Herr Kamer. Okay. Hey, man... iin. The Old Kerry. Oh, guys. Oh, damn. Look at dem, mad hacker skills. Dad. 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 Untertitelung des ZDF, 2020